Ich glaube, er nimmt jetzt auf, ja? Ja, hallo zusammen! Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, ich hätte ja eigentlich schon lagstreamen müssen seit über 2 Stunden. Ich habe es aber noch nicht getan, wie ihr auch schon gemerkt habt. Das liegt einfach daran, mein Rechner macht mir momentan echt Mucken. Das ist das Problem. Ich versuch's jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie diese Aufnahme wird, weil der laggt total. Der laggt auch normalerweise bei der Webcam. Und wenn dieses Video jetzt laggt, wisst ihr eigentlich schon, wie groß die Problematik ist. Wobei, ich nehme jetzt auf, vielleicht zieht das ein bisschen mehr Ressourcen, also würde ich nicht aufnehmen. Vielleicht ist Stream nicht ganz so anstrengend für einen PC wie Aufnehmen. Das kann durchaus sein. Aber ich möchte dennoch, ich möchte es zumindest versuchen zu streamen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, ich würde natürlich auch die gleichen Spiele machen, wenn es soweit ist. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich noch gerne vorbeischauen. Ich werde jetzt aber erstmal ein bisschen rumprobieren. Und da brauche ich auf jeden Fall Meinungen. Das wäre also, wenn ihr zuschauen wollt, denkt, ne, ich will den nicht sehen, ich will eigentlich nur zocken sehen. Wäre trotzdem gut, wenn ihr auch über eure Schatten springen könnt, einfach mal vorbeikommen könntet, um mir zu sagen, ob das so okay ist. Weil ich weiß nicht, wie sehr das laggt. Das kann ich wirklich nicht sagen. Das kann sein, dass es bei mir in der Vorschau schlimmer aussieht, als es dann letztendlich im Stream aussieht. Aber, naja. Auf jeden Fall, ich versuch's. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich werd's versuchen und ich hoffe mal, das wird gut ausgehen. Also, ne, vielleicht bis gleich. Tschö tschö. Bööööhh! Scott, Jung. Böööö!